keine ahnung wie man das fliegt ich probiere es einfach irgendwie so keine ahnung so ja ja fliegt man nach vorne kollege ach ich glaube da fliegt jetzt nice muss auch ein bisschen höher ich glaube so fliegt keine ahnung wie ich höher fliege ich probiere einfach irgendwas aber dem ding bin ich noch nie geflogen ehrlich gesagt kommen jetzt einfach vollgas w ist glaube ich aber okay w und s ist hoch und runter ich muss zu der maze bank irgendwie kommen vielleicht kann ich mit dem ding da landen so wir probieren ach scheiß auf ich probiere es einfach nicht so schnell vielleicht ein bisschen spannend ansteuern ich glaube ich muss hier drauf oder was ist das ding sehen wir gleich doch ich glaube das ist das okay ganz 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 vorsichtig müssen bremsen ein bisschen runter bin ich schon ach wieso nice nice boys ach guck mal da ist mein boy ja hey there pussy are you watching this is safer than crossing the street shit bullshit well the less people have died doing this than crossing the street about that they called me insane when I said sell all your American equities and now look at this shit hole come on lady boy let's go oh 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 woher ist woher ist in welche richtung denn drink it in big guy yeah i see ok whatever you say man oh look who put on his big boy pants this morning haaaa oh look who put on his big boy pants this morning haaaa ich darf kein shit machen nein komm kollege fährt schneller der fährt extra langsam oder was ich muss ja den hier machen irgendwie noch mal noch mal noch mal das schaffe ich noch erneut versuchen ja dann nimm ich mich so einmal hat mir nicht der schon gelandet ja ich bin gelandet ja nice boah boah das war knapp das war's insane hey franklin it's me jeff i'm gonna drop you at the garage on elgen okay dumb gangster by night parachuting pussy by day oh you should make that your log line sales bro who's buying not me overpriced haha hey we'll hook up over the land deck reservoir and i might shift your rating from cell to a hold done whatever draufgänger was werden draufgänger oh guck mal 50% jetzt sollte b glaube ich klappen nein 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 okay warte mal wegpunkt ja wegpunkt überspringen guck mal ja schnellreise quasi so nice boys boah wenn es jetzt nicht klappt 100 dollar es gibt klar ach guck mal jetzt klappt das doch oder da steht da michael guck mal ja 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 Ihr boys, es sind die Feds. Hey, wo sind die anderen drei? Was sind die anderen drei? Wir sagten Sie, dass Sie mit sechs zusammenbringen. Das ist ein sechs Mann-Job. Nein, Sie haben nicht. Dave hat es. Nein, Dave hat es nicht. Sie sagten, Sie machen es. Das ist eine Freikin'-Lie. Ich bin nicht falsch. Okay, gut. Dann sind wir weg. Fuck es. Let's go. Sie drei können es alleine machen. Und ich, fuck you. Du machst dein eigenes Dirty Work. Hey, ich mache meine Dirty Work jeden Tag. Machen die Lande von einem Schum wie du. Und du machst einen tollen Job, Herr. Hey, du willst dieses Job gemacht? Dann komm mit uns. Komm, komm, Herr Leisureware, Herr Depressed Accountant. Wir gehen, die USA zu retten. Wer sind wir von der Verkaufnahme? Das ist die Realität. Meine Sourcen sind überzeugt. Es gibt eine Plot in International Affairs, die Agency, und sie benutzen diese Facilität zu machen, um ein Nerve Toxik zu machen. Ah, Bullshit. Ja. Das ist, was sie planen, in ihrer Mind-Blown-Insanität, um einen großen Terroristen zu verlassen, auf eine Metropolitane Bereich, damit sie weiterentwickeln können. Nichts erhöhten die Finanzierung für die Terroristen zu kämpfen, mehr als die Terroristen zu kämpfen. Okay, also, dann. So, dann, lass ich das das direkt, dann. Nein, 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 nein. Das ist das, was der Punkt. Wir machen das. Ihr zwei, wir sind auf Getaway. Fuck off and make it happen. Michael, du bist mit uns. Welchen Größe Flipper hast du? Hmm. Endlich konnten wir die Mission machen. Ich wusste es doch. 50% mussten wir haben oder erreichen dafür. Agent Norton. Es ist schon seitdem du in der Pflege war. Beside dir und Neoprene ist etwas, was wir für unsere schlimmsten Enemies haben. Entschuldigung, ich werde dir gut. Und du? Komm schon. Du steckst. Du steckst. Ich muss immer fahren. Ähm. Hör auf mich, Steve. Keine Verrückung. Keine Verrückung. Keine Verrückung. Wir kämpfen für die Freiheit der Menschen heute. Keine Verrückung. Keine Verrückung. Keine Verrückung. Du hast schon seit dem System lange. Die Rehabilitungen soziale. Eine Joke für dich. Also, vielleicht werde ich mich wiederholfen und in der Prozess getötet? Das ist das Böge. Keine Verrückung. 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 Kein. Keine Verrückung. Keine Verrückung. Ein Schweinesichoarfestall. Hier geht es. Hier geht es. Rückwärts Boot runter. Ett maple pytanie. Ge 사람�on-semeisen. Geht, geht! Ich hoffe, ich sehe was. Im Dreck stumpf oder Wasser. Okay, so geht das. Jetzt sind die schnellen zwei. Nice, okay. Jetzt muss ich jetzt irgendwas hier machen, aufbrennen. Using the Oxy-Hydro cutter on the grill. Das ist aufbrennen, an über 3,500 Grad. Ja, danke für die Science-Lassen. Kann ich das für den nächsten Volt? Du hast eine limitede Menge Gas in der Kutter, also geht das richtig. Coole Mission, auf jeden Fall bis jetzt. So, hast du noch mehr kleine Facts für mich aus dem Instruktionen-Manual? Ich dachte, du wolltest etwas Intel und das Gerät, das wir gesetzt haben. Using your Hard-Wan-Funds. Haha, ich dachte, es würde alles in einer Wartrube voll von Windbreakers gehen. Oh, und vielleicht ein paar Nippelklampen. Ich habe sie jetzt, das ist das letzte, glaube ich. Oh, Matt, should do it. Okay, wir schwimmen down the tunnel, gain access to the facility. Wenn du das hier rauskommst, dann kannst du das? Die Intel ist gut, wir sind 100 Yards aus. Ah, ich fühle mich, ich habe eine Kuloscopie gebeten, die Statue von Glück. Schön, dass du mit Trevor Phillips auf jeden Tag schmerst. Du fühlst das? Das Wasser wird wärmer. Du weinst deine Pants, Davie? Das ist ein Kulierung-Tunnel. Of course it's getting warmer. No one urinated. Uh, I know for a fact that that ain't true. The problem with this job is I only get to know the criminals who are dumb enough to get themselves caught. Yeah, only I wasn't caught. Remember? I turned myself in. He makes a point. That makes you doubly dumb. We could actually talk the whole time when they're here ating. When you're ating. I think that's not so easy if you have something in your mouth. The final turbine. Nearly there. That's an airport. Take it up to the surface people. Swim over to the ladder. Yep, we're in the boat. Oh shit, boys. Let's get slow. How are we? Huh? We ready? I was born ready. Let's do this. Come on, Dave. What's the plan? Hey, hey, hey. We locate the toxin and action our escape strategy. That's what we got. Great. Lead the way. Thank you, Robert. Set your phaser to stun. Hands up, you. Now. Against the wall, quick. What the heck? Charge him up, Mike. I'm Mike, or what? Now who are you? Charge him up, Michael. Okay. Hey, now hit the elevator. The CS left you ganz good. So what exactly does a neurotoxin look like? Elevator's coming down. Someone's on board. Out, out, out! Easy now, easy now. Grab the card. Go up. How do you feel about this? I feel pretty damn fine. Yeah, if only your camera crew was here. Eyes right. Stay on top of this. We're fine. Move on. You see the lab geeks? I don't want trouble from these two. Put them up! Put them up! Excuse me, this is... Oh, I knew I... Oh, fuck. I wanted to kill you. I didn't give you permission to get hot. That was from the beginning. Sorry. Humana. Oh shit, yeah. Oh, I can't do it. Final, security detail about to make a pass. This is him. Take him out, or let him go. I dare you. Just a little pinprick. What can a pinprick do? Ask the monkey. Go on. Assign the amount on your hands. They've gone. We've got some time. Swipe us in. Come on. Access. Labratton in the cage up ahead should have the secret sauce. Come on. Give us access. You won't get in here. He's got the locking system overridden from in there. Wait. Someone's coming. I got this. Steh ich im Weg, or was? You. Hands up. Back up. Back up. Oh shit. And freeze. We get collateral. You want a bargain? What's Nerve Face worth? Open up. The special agents have the door. Go in there and secure our Nerve agent. This will make me the most dangerous man in the country. I'm also the most shit scared. Oh man. Thank you, federal government. Oh shit, boys. Put the humanitarians to sleep, Michael. Oh shit. Damn it. We need to get the Nerve agent into a refrigeration unit. Facility security has been compromised. Warning. Warning. You got the right weapon? It's just about to get real. Agency security. Oh. Let's keep moving. Wohin? Yo. Everyone thinks they're the good guy. Okay, darunter anscheinend. Okay. Hey, where's my car? Where's my car? There. You poor bastard. Left, up here. Push for the exit. This is for the greater good. Allegedly. So viel'n Geräusch. Let's go here. Come on. Left, left. Das sind Tiere. Ich dachte schon. Okay, so schlecht. You work for the wrong branch of the government. Then we get a move on. Hold by the door. Another couple of guards. This ain't a rescue mission, ape. You're on your own. Yeah. Yeah. Okay, der musste das machen, verstehe. Ach, du Scheiße. Wo ist meine Waffe? Okay. 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 Here we go, Michael. Klar könnt ihr durch. Bin durch hier. Oh, das hab ich gar nicht gesehen, ne. Get the agent in the refrigeration unit. It's over in that container. Come on. Come, ich komme. Here we go. Get her on ice before the snow bite. Okay. Denny. Ah, easy does it him. Just as I was getting used to having the apocalypse in my pocket. Here you go. Oh. Phillips is on his way. Good. Get this thing ready to move. I'm just a couple clicks out. Is the package ready? Package is ready. Get over here, man. I can't believe they spent the tank from the Polito job on this chopper. That's the flying pig rig. And we need a flying pig rig right now. There's a flying pig rig. I can't believe it. 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 We've missed the window. HC response team's already in the building. It's never too late. We're going. Let's go. It's too risky, bandito. That bird goes down and takes half the west coast with it. You know what? If you're done puking up excuses, how about we come up with a solution? Okay, okay. All right, you go off the cover. Fuck, it's fine by me. And the dead bodies? I'm lucky I'm not one of them. Come on. Let's go. Oh, FIV special agent. I got discovered. Detain this man. Fuck you. I should detain you. I just took a bullet from my country. Go, go, go. Hold up. What happened back there? Where's agent Haynes? Don't tell me we suffered casualties. Only self-inflicted ones. Fucking guy shot himself so he could pass as a double agent. Maybe they'll debrief him with a 12-inch aluminum flashlight. Haynes could be easy way out. We're the ones hoping we'll outrun the agency response team. I think Franklin's the one taking the easy way. Guy's got his feet up in an aircraft hangar. Look, let's just get to the airport so we can finish this bullshit. When you drop us, I'll take the nerve agent. Mr. Phillips, can I trust you to dispose of the chopper? I got more important things to worry about messing around with this stupid chopper. Like things that actually mean something. Not made up wars with made up enemies. Matters of the heart. Is he fucking with me? Probably not. Das ging ja nochmal gut. Komm runter. Das war knapp. Hey, Frank. It's cracking, man. Saw the chemical weapon in there, right? If it even is a chemical weapon, hell, it could be shaving cream for all I know. By the way, next time you're getting wet. Oh, but there won't be a next time, will there, Davey? There never is. I'll do my best for you. I always try. Yeah, well, maybe this time we'll get lucky. Maybe this time Steve will succumb to the strains of enhanced interrogation techniques. Interrogate them? Are you insane? They're probably decorating him right now. Hey, Davey, your boys at the agency are on to you, remember? Huh? You and Stevie. Just try and keep your heads down. Yeah, putz. Hey, I was at friendly, I was gemacht. What? What is this? Oh, fucking A. Yes. What's up, man? My days in the wilderness are over. Lester, he settled up with that crazy Mexican motherfucker. Gave him the artifact. Now, as long as Trevor handles the wife, we're good. But what about him, man? Fuck him. He likes the desert. Besides, we do one big score. We're all going to have to go our own separate ways anyway. Oh, man. I can't wait to get back to that movie studio. Yo, all right, man. Well, shit, I'll holler at you later then, all right? What a shit show. I'll tell you what. You can take this desert and stick it. My life may be a world of pain, but from here on out, it's going to be cool, comfortable, air-conditioned pain. Take it easy. Hmm. I had a wonderful time, Trevor. But we both know I made a vow to my husband. I know. You have a great pain inside you, but you are a beautiful man. I've never been so happy, so sad in my life. You have a beautiful way with words. You're so... You're so reason for what I love. The madness of me. I am not abandoning you. I am going home. I am not abandoning you. You're so... You're so... You're so... I know... You're so... Oh shit, I hope that's klapped here all the problems. Oh shit, I hope that's klapped here all the problems. You better treat her right, man. I will, amigo. Otherwise... The other ear. Of course. The way I say things, you and me and Michael, we were friends now. Good friends. Such good friends that we would make a great effort to avoid one another. That's fucking perfect. Thank Michael for the statue. It is exquisite. Yeah. Yeah, I will. Affige Angelegenheit. Ja, das könnte man so ausdrücken. Ja, das stimmt wohl. Yeah. Ich frage mal, wie viel haben wir jetzt? Statistik. Wow, gerade mal ein Prozent. The fuck. Okay. Na ja. Ich fahre jetzt dann erst mal speichern. Wow, war ja jetzt ein bisschen viel, die Mission. Oder relativ gut. Ich glaube, wir haben einen guten Fortschritt gemacht. Es ist zwar nur ein Prozent, aber trotzdem... Vielleicht guten Fortschritt gemacht. Ich hatte aber auch schon was länger nicht mehr gespeichert. Glaube ich zumindest, oder? Habe ich letztes Mal gespeichert. Ich habe keine Ahnung. Und Autosave ist ja immer... Eine coole, aber ich werde die Straße. Verrückt hier. Äh, GTA. Einmal das hier. Oh nein. Drei Kilometer. Aber war eine coole Mission. Ja, in dem G-Amt ist schon echt viel Mühe gegeben hier bei den Missionen bei GTA. Echt nicht schlecht. Ähm, ja. Nicht verkehrt auf jeden Fall. Ganz andere Spiele in der Scheibe von abschneiden. Ich muss nicht immer nur von A nach B laufen und mir was holen, sondern auch mal mit Abwechslung und ein paar coolen Cutscenes. Ein paar coolen... Ab nächstes Jahr nicht. Ich glaube, 23 wäre noch zu früh. Zumindest sollten die erstmal Red Dead Redemption 2 auf PC bringen. Theoretisch auch 1. Da würde ich mich auch drüber freuen. Das würde ich auch sogar zocken dann. Boah, 1 war so ein geiles Spiel. 1 und 2. Beide Spiele sind mega cool. Hey, was war das denn? Ich dachte, ich nehme eine Abkürzung, wenn ich da herfahre. Sheet. Sheet. Was war das denn? Hm, der Michael hat jetzt auch das Haus hier verlassen, ne? Hey, das wollte ich gar nicht. Pff. Oh, was macht der Boy hier? What up? Yo. Haben wir Quick Savings? Ach, ich hatte hier gespeichert, wo der Trevor hier einmal kurz lag. Und Michael, stimmt. 51% habe ich schon, Boys. Das ist immer ein guter Fortschritt. So, Savarino. Und weiter geht's. Direkt mit der nächsten. Na, muss ich auf die Map gucken.